Aktivierung der Kindersicherung. Am Beispiel der Samsung AdWash K6404. Schalten Sie Ihre Waschmaschine durch Drücken der Ein-Aus-Taste ein und wählen Sie das gewünschte Waschprogramm. Drücken und halten Sie die Temperatur und die Spülentaste gleichzeitig für drei Sekunden. Drücken Sie jetzt die Startpause-Taste, um die Kindersicherung einzuschalten. Die Tasten Ihrer Waschmaschine sind nun gesperrt. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Temperatur und die Spülentaste gleichzeitig für sechs Sekunden. Schauen Sie sich auch unsere anderen Tipps und Tricks-Videos zum Thema Haushalt an.